LoL, warte Leute, neue Woche, neue legendäre Aufgaben, die Aufgaben kurz vor dem Live-Event. Das Live-Event findet am Freitag, starten wir das Stream, Freitag um 8 Uhr morgens starten wir in den Livestream rein und streamen dann natürlich in die Nacht. Bis dann das Konzert ist, freue ich mich mega drauf, holt euch Chips, holt euch Getränke und macht jetzt noch ein paar Aufgaben fertig. Ihr habt wahrscheinlich schon den Detektor gemacht, wenn ihr diese Aufgabe jetzt guckt hier. Und was wir jetzt brauchen ist der Bio-Scanner und dazu gehen wir zu Holy Hatchery und dort gibt es mehrere Bio-Scanner zu platzieren. Die sehen eigentlich ziemlich gleich aus wie die Spionage-Geräte. Die Spionage-Geräte findet ihr dann im nächsten Video, ne. Aber zum Beispiel ist hier so einer, ne, und das war beim südlichsten Haus, findet ihr eines dieser Bio-Scanner, die ihr aufplatzieren könnt. Dann habt ihr schon mal eins abgehakt, dann fliegen wir direkt, beziehungsweise laufen wir direkt zum Gartencenter in der Mitte. Dort finden wir auch nochmal ein Bio-Scanner, nee, nicht Spionage-Gerät, Bio-Scanner könnt ihr auch nochmal platzieren. Was ihr platzieren könnt, ist der Abo-Button für die 100.000. Leute, ich freue mich mega auf die 100.000, ne. Dann haben wir das Ding auch abgehakt und natürlich auch einen Like-Button, wenn ich euch nur ein bisschen helfen konnte. Falls irgendeines dieser Dinger nicht funktioniert, ich zeige mir immer mehrere Orte, ne, haben wir hier noch auf der ganz linken Seite auch nochmal einen Bio-Scanner. Dann solltet ihr alle abgehakt haben. Easy-Aufgabe. Genauso easy, wie es auf der rechten Seite jetzt noch die Spionage-Geräte anzugucken, ne. Wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr auf den Ariane Grande Stream-Shop, ne. Die kommt ja heute Nacht in den Shop rein. Wir machen einen nächtlichen Stream. Lasst die Augen offen. Holt euch da vielleicht schon mal ein bisschen Kaffee oder sowas. Und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.